Du hörst auf zu saufen und sorgst dafür, dass sie glücklich ist. Denn wenn ich je erfahre, dass sie es nicht ist, dann finde ich dich. Und dann kannst du dein Testament machen. Ist das klar? Ja. Okay, Herrschaften, die Party ist vorbei. Und dein Schwager braucht ihr in Zukunft erst gar nicht mehr einzuladen. Außer ihr wollt, dass ich wiederkomme und dasselbe mit euch mache, klar? Oh man, du bist echt ein tighter Gangster geworden. Vito. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Und jetzt können wir nach Hause gehen und dann ist das Kapitel wahrscheinlich erledigt. Aber ich denke, ich werde noch ein bisschen mein Auto tunen. Und vielleicht mache ich auch ein Dach drüber über mein Auto. Könnte ja sein, dass es mal regnet, ne? Aber nur vielleicht. So. Ne, ich fahre jetzt einfach direkt nach Hause. Und lege mich ins Bett und verarbeite diesen aufregenden Tag. Und dann war das Kapitel 11. Jetzt sollten sich die Entwickler aber dann wirklich reinhängen, dass sie mir noch ein bisschen was bieten. Storymäßig und auch Missionsdesigns mäßig ein bisschen was auf die Reihe stellen und so weiter. Weil, äh, das ist jetzt hier Kapitel 11 gewesen. Ich, äh, habe im Internet nachgeguckt. Es gibt bloß 15 Kapitel. Das heißt, äh, es ist bald Schluss, ne? Wird lustig hier. Und dann ist hier Finish. Und wenn dann nichts mehr kommt, ah, dann ist das wirklich nicht so toll für das Spiel. Es kommt dann eindeutig auf die Minusseite. Aber, ist jetzt auch egal. Komm, pack's in der Garage. Ist jetzt auch egal. Das war's. Äh, wir sehen uns. Hören uns. Beim nächsten Video. Es klingelt das Telefon. Das ist gar nicht gut. Das Kapitel ist noch nicht vorbei. Vito, hier ist Francesca. Eric ist heimgekommen, grün und blau geschlagen. Du wolltest ihm doch nichts tun. Vielleicht hat er eine Prügelei. Er treibt sich auch mit schrägen Typen rum. Er hat sich für alles entschuldigt, Vito. Er hat versprochen, mich gut zu behandeln. Jetzt ist alles wieder gut. Also lässt du ihn in Ruhe, ja? Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Wenn du dich hören könntest, Vito. Ich kenn dich gar nicht mehr. Hör, hör zu. Lass uns einfach in Frieden, ja? Lass, lass dich nicht mehr blicken. Okay, die dumme, verfickte Schwester. Die will ich doch nicht mehr. Sag mal, hat die einen Schatten? Hat die einen Arsch offen? Ja, natürlich hat sie den Arsch offen. Jeder hat den Arsch offen. Aber trotzdem, erst kommt sie zu uns. Ja, ich kann nicht nach Hause. Oh, mein Mann. Und dann kümmern wir uns drum. Und dann, ich will dich nicht mehr sehen. Lass dich hier nicht mehr blicken. Ah, egal. Könnte ich mich schon wieder aufregen. Okay, also, bis zum nächsten Video. Okay, anscheinend wollen die Entwickler nicht, dass ich mal ins Bett komme. Deswegen geht das Kapitel immer noch weiter. Ja, dein Haus und Scheiße und was weiß ich. Oh, toll. Ich will ein bisschen braun werden. War so ein verregneter August hier in Deutschland. Das ist doch kacke. Hier können wir raus. Da kommt einer. Da kommen ein paar Leute. Okay, den mache ich schlatt. Damit ich eine Knarre habe. Da ist das Ganze viel leichter. Okay, der schießt immer noch, ja. Fuck you. Ich treffe ihn. Nein, nein, nein. Nicht Tommy Gun. Fuck you. Nachladen. Komm. Zeig deinen Kopf. Okay, einer noch. Einer noch. Einer noch. Okay, das war's. Erstmal wieder schön hier Munition einsammeln. Das ist doch toll. Ich bin nackt. Ich brauche Klamotten. Leute. Ich bin nackig. Gut, gut, dass meine Garage nicht brennt. Ah, das wäre ja jetzt doof, ne? Das wäre ja jetzt... Das wäre ja jetzt doof, ne? Die brennt nicht und ich kann sie nicht aufmachen. Hm. Okay. Und die Polizei ist hier. Ich glaube, die Polizei hat was dagegen, dass ich so rumlaufe. Hey, Süße. Gefällt dir, was du siehst? Ja. Nein, gefällt dir anscheinend nicht. Okay, wir nehmen jetzt sie mal. Einfach mal ein Auto. Scheißegal, was Bullen dazu sagen. So. Es geht ab. Krasser Bulle, man. Oh, was waren das jetzt eigentlich? Warum wollten die meine Bude abfackeln? Warum haben sie meine Bude abgefackelt? Das schöne Haus. Und meine Garage ist zwar unberührt vom Feuer geblieben, aber sie ist auch kaputt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Ist auch egal. Das ist ja so logisch. So, der kann ohne Schuhe Auto fahren. Barfuß. Habe ich noch nie gemacht. Darf man auch gar nicht, glaube ich. Doch, darf man schon. Ich weiß es nicht. Ist auch egal jetzt. Wir fahren jetzt, äh, 20.000 Kilometer zu Joe. Damit wir das Kapitel endlich beenden können. Obwohl ich wirklich bezweifle, dass das Kapitel dann auch wirklich zu Ende ist. Also, das ist schon wirklich hier. Schön langsam. Riechen Hals. Da sind die Bullen jetzt. Suchen sie mich. Ach, scheiß drauf. Leck mich. Scheiß auf deinen Strafzettel. Interessiert mich nicht. Äh, erst müssen wir hier Lio retten. Und was weiß ich. Und richtig billig gemacht. Und so weiter. Gut. Bis auf ein paar Szenen. Aber, und dann müssen wir hier unseren Schwager verprügeln. Und dann will unsere Schwester nichts mehr mit uns zu tun haben. Und jetzt wird unser Haus abgefackelt. Also, so viel negative Energie in einem Kapitel. Das haben sie echt drauf, die Entwickler. Muss ich wirklich sagen. Ach komm. Weg von der Straße. Ich fahre schon wieder einen Spiefel zusammen. Niiiih. Ich bleib nicht stehen. Ich zahle den Strafzettel nicht. Ich hab dafür auch gar keine Zeit jetzt. Ich will hier auch mal fertig werden, Kollege. Du solltest auch mal Feierabend machen, du scheiß Bulle. Oh ja, da bin ich rumgedriftet, Mann. Jetzt haben die Bullen nicht drauf. So. Lass mich in Ruhe. Schüttel die Cops ab. Ach, dann zahle ich halt. Ich hab dich nicht gehört. Tut mir leid. Bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Was gucken Sie so? Ich bin pleite. Habe ich jetzt was gezahlt? Nee, ich hab nix gezahlt. Haha. Toll. Ich hab auch gar kein Geld dabei. Ich lauf hier im Boxershort und Unterhemd rum. Äh. Doof, ne? Ist jetzt doof, aber... Müssen wir durch. Hoffentlich hat Joe ein paar Klamotten für uns. Komm schon, Joe. Weh, du bist nicht zu Hause. Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm! Schöne neue Einrichtung, Joe. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr... original. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Sieht man. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Und sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach, du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und, äh, hol dir was aus meinem Schrank. Außer du willst den Unterhosen, den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. Ah, du musst dir was anziehen. Also müssen tue ich gar nichts, ja. Hemd mit Hose. Hey, hier ist Joe. Toll. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber du musst mir helfen. Ah, toll. Ein knacktes Clownskostüm. Schöne, da kann es nicht mehr kommen. Ah, tolles Hemd. Das Bett ist nicht schlecht. Playboy. Juhu. Du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Mickey Desmond. Oh, ach so. Das erklärt ja einiges. Wo ist er jetzt? Ja, ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wiederhaben. So was Feines kickt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Okay. Dann geht's los. Lass doch die Tür offen. Geh mit Joe mit. Jetzt kann ich auf ihn warten, auf den kleinen Fettklos hier. Komm. Ist ja echt toll. Sind wir auch noch im Partner-Look unterwegs, Mann. Na toll. Na toll. Türe schließen, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon so viel Zeit haben. Na, Joe? Na los, steck ein. Ja, ist auch mein Auto, ne? Also, eigentlich nicht. Komm. Okay, wo ist das Hill of Terror? Terror. Terror. Tara. Und den Iren gehört? Na, nichts. Warum? Die Iren haben einen neuen Boss. Er ist Mickey Desmond. Ein paar andere würden gern seinen Platz reinnehmen. Also will er allen zeigen, dass mit ihm nichts zu spaßen ist. Mickey Desmond? Ist der mit dem aus Assassin's Creed verwandt? Ah, hätte ich mehr denken können. Ist der Desmond? Ich wette, dass er gerade rumpelt und Drecksloch ist und sich mit den Ihren reißen Fäustchen lacht. Ist der Miles Desmond? Ist der Miles Desmond? Wir hin und kümmern uns um ihn. Ach, ich weiß es nicht mehr. Sind wohl nicht mehr viele von Ihnen übrig. Wir stürmen den Laden. Die scheißen sich vor Angst in die Hosen. Guter Plan. Gefällt mir. Arschlöcher. Fackeln einfach mein Haus ab. Rigg dich ab. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Noch eine halbe Stunde müssen wir fahren, Mann. Ah. Ja, fackeln einfach meine Bude ab. Sag mal, was soll der Scheiß? Sag mal, was fährt der Bulle mir rein? Dumme Kackbratze hier. Komm. Gib Gas. Ich will fertig werden. Die machen wir jetzt platt hier. Und zwar richtig schön Italiano-Style. Mäßig. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch. Heul nicht rum.